Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion. Sie wurde gestiftet Mitte des letzten Jahrhunderts und der Stifter L. Ron Hubbard hat sie ganz genau aufgezeichnet. Das sind nämlich seine Forschungsarbeiten zum Thema Verstand und vor allen Dingen die Seele oder die Person selbst. Und die Scientology stellt einen direkten, einfachen, geraden, spirituellen Weg dar, den man Schritt für Schritt nach oben gehen kann in Richtung persönlicher Freiheit, Integrität und Ewigkeit, möchte ich jetzt mal sagen. Scientology kann man studieren. Die ist in sehr vielen Büchern und Vorträgen aufgezeichnet. Und das ist mein winziger Beitrag dazu, jetzt mal ein ganz kleines Stück Scientology vorzustellen. Am Sonntagfrüh, wie gehabt. Und als erstes lese ich das Glaubensbekenntnis. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nichtreligiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft aufzusetzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben und dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag habe ich mir wieder mal ein neues Buch ausgeguckt. Dieses Buch hier heißt Scientology, eine neue Sicht des Lebens. Und es gibt einen sehr schönen Überblick über verschiedene Themen, die mit der Scientology besser verstanden werden können, besser durchdrungen werden können. Da geht es um Familie und um Glück und um was dazu führt, dass jemand nicht erfolgreich ist oder was dazu führt, dass er erfolgreich sein kann und so weiter und so weiter. Wirklich ganz viele Themen. Und das erste Thema, das ich mir daraus gesucht habe, ist, ist es möglich, glücklich zu sein? Eine wichtige Frage. Nun, ganz oft geht es im Leben ums Glücklichsein. Klar, weil eigentlich, wirklich, möchte man glücklich sein. Man geht also in die Schule, um später mal glücklich zu sein. Und dann macht man eine ausführliche Ausbildung, die man nicht so toll findet, aber auf jeden Fall. Oder man findet sie auch ganz toll, aber man macht sie, um später glücklich sein zu können. Und dann vielleicht heiratet man, gründet eine Familie oder lässt sich nieder oder fängt mit dem Berufsleben an. Und immer arbeitet man in die Zukunft, um dann später glücklich zu sein. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die am Ende des Berufslebens angekommen sind und sich sehnsüchtig auf diesen Tag gefreut haben, wo sie endlich fertig sind mit der Arbeit, wo sie endlich mal Zeit haben, um glücklich zu sein. Und dann sind sie immer noch nicht glücklich. Oder sie sehnen sich sogar zurück an die gute alte Arbeitszeit, wo noch so viele Leute um sie rum waren und Freunde und dieses und jenes. Und tatsächlich ist es so, wenn ihr genauer nachfragt, wer ist wirklich glücklich, da gibt es jetzt gar nicht so viele. Da gibt es ein paar, die vielleicht spirituell sehr stark an sich gearbeitet haben. Und es gibt ein paar, die mit irgendwelchen Substanzen oder Alkohol, Drogen versuchen, kurzfristig glücklich zu sein. Es gibt welche, die ausgiebige Partys feiern, um da glücklich zu sein. Auch da kriegen wir natürlich alle Phänomene davon. Aber wenn man einfach mal so eine ganz normale Umfrage macht, bist du glücklich? Die Antwort ist meistens nein. Nein. Oder vielleicht. Oder nee, eigentlich nicht so arg. Genau. Deswegen finde ich, ist es das wert, diesen Faktor mal zu untersuchen. Was steckt denn da drin? Was muss ich denn tun, um glücklich zu sein? Oder wer muss ich sein, um glücklich zu sein? Geld ist ja immer eine gute Frage. Wenn ich nicht jetzt gerade ein neues Auto brauchen würde und einen neuen Zaun und ein paar neue Kleider, dann wäre ich bestimmt ganz glücklich. Auch diese Sache hinkt ein klein wenig, weil ich habe genügend Leute, die wirklich genug Geld haben, gefragt, ob sie glücklich sind. Und das Ergebnis war eher fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. Es war eigentlich gar nicht besser als bei denen, die hart arbeiten. Tja, vielleicht war diese Welt sogar als eine glückliche Welt geplant. Ursprünglich vielleicht hat sich jemand das so ausgedacht oder haben wir uns alle das so ausgedacht, dass es eine Welt ist, in der man durchaus glücklich sein kann. Aber irgendwie hat dieser Plan nicht hingehauen oder es funktioniert nicht oder es fehlt ein Element oder irgendwas stimmt damit nicht. Tja, zahlreiche Philosophen haben sich mit diesem Thema ausführlich auseinandergesetzt. Und interessanterweise in einem Punkt sind sie sich alle einig, nämlich, dass das Glück, das man findet, in einem selbst liegt. Da könnt ihr nachlesen, bei wem ihr wollt. Da kommt ihr im Prinzip auf dieses gleiche Ergebnis, weil es ist ja auch richtig, wenn man es durchdenkt. Es kann ja eigentlich nur so sein, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist oder dass man derjenige ist, der dann letztendlich dieses Glück machen muss oder durchziehen muss oder fertig machen muss. Tja, aber wie? Die Frage wie, die haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. Erinnern wir uns doch mal an eine Zeit, wo ihr noch ganz klein wart. Vielleicht wart ihr fünf oder vier und ihr seid in den Tag rausgegangen und die Sonne hat gelacht und das Fahrrad hat geglänzt und die Freunde waren da drüben und das sah irgendwie alles wunderbar aus und die Blumen waren schön und das Gras war schön grün und ihr seid ins Blaue geprescht, wollte ich sagen, ins Grüne und es war einfach ein wunderbarer Tag. Und vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, zu diesem Zeitpunkt war ein Polizeiauto was ganz, was wichtig ist. Das hat mir der Mama auf jeden Fall zeigen müssen. Polizei, ganz wichtig. Oder Feuerwehr war auch ganz wichtig. Und tja, und 25 Jahre später hat das Gras nicht den gleichen Glanz und die Blumen sind nicht mehr so bunt und das Fahrrad ist abgewetzt und da hinten ist auch nichts los. Und tja, das mit dem Polizeiauto, da denkt man nur, oh Mensch, da habe ich schon wieder falsch geparkt oder ich bin zu schnell gefahren, oje, oje oder was auch immer so mit Polizei alles verbunden ist. Und hoffentlich weiß der nicht, dass ich. Tja, irgendwas hat sich geändert. Und wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich seid und in euch reinguckt, dann seid ihr diejenigen, die sich geändert haben. Tatsächlich ist nicht die Umwelt eine andere geworden. Gut, die ist schon eine andere geworden, aber nicht so sehr und nicht in dieser Beziehung, sondern etwas in euch hat sich geändert oder ihr habt euch tatsächlich geändert. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie man glücklich sein kann, dann müssen wir also diesen kleinen Punkt daraus kristallisiert kriegen. Den müssen wir rausgesiebt kriegen, weil da ist was. Da ist eine Veränderung von die Welt ist schön und ich kann alles haben und ich kann alles machen und boah, da drüben ist ein Räuber, den gehe ich jetzt mal fangen. Zu, ist alles langweilig oder fad oder nicht schön oder grau. Da ist was dazwischen. Nun gut. Ein kleiner Tipp hier auf dem Weg zum Ratespiel. Was hat sich geändert? Natürlich die Einstellung hat sich geändert. Das ist mal das, was man von außen sehen kann, was man auch von innen sehen kann. Da muss sich dieser Bezug zur Umwelt, der hat sich geändert. Und was genau hat sich daran geändert? Es gibt eine kleine, feine Tatsache, dass man um sich herum die Umgebung erschafft. Jeder macht sie sich so, wie er sie haben möchte. Und das meine ich jetzt total ernst. Also ich meine jetzt nicht einen besoffenen Rausch, wo man sich irgendetwas hinträumt, sondern ich meine tatsächlich Wachträumen, Tagträumen, im Lebendigen sich vorstellen, wie es sein soll und dem ein bisschen Energie zu fächel oder ein bisschen Bewunderung oder ein bisschen Lächeln oder was auch immer. Dann stecke ich in den was rein und dann sehe ich das natürlich in ihm. Da wird er ein bisschen lebendiger. Ich kann also meine eigene Lebendigkeit nehmen und die nach außen, ich möchte nicht sagen projizieren, weil das ist fast das falsche Wort, sondern nach außen stecken, nach außen packen, nach außen tun, nach außen erschaffen. Und erschaffen ist da dieser kleine Unterschied, wenn ich mein Leben gestalte, wenn ich mir bewusst einen Kaffee mache und ihn genieße und wenn ich bewusst rausgehe und mal einen kurzen Blick in die Blumen werfe und wenn ich bewusst mein Unkraut angucke, das dringend geerntet werden sollte, weggetan werden sollte, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall schön grün, bevor ich es wegtue. Wenn ich nah dran bewusst arbeite, wenn ich die Dinge erschaffe, wie sie sind, wenn ich sie schön mache, wenn ich da Leben reinstecke, da haben wir eine kleine Veränderung in der Einstellung und haben wir eine große Veränderung in Richtung Glücklichsein. Und falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, bitte ich euch, das einfach mal auszuprobieren. Nehmt mal die nächsten zehn Minuten und steckt ein Stück Energie in die Dinge, die ihr seht, in die Dinge, die ihr tut, bringt sie zum Glänzen, bringt sie zum Leuchten und guckt mal, was es mit euch tut. Ob das wohl zurück auf euch fällt? Und dann nochmal am Ende das Zitat. Die Wahrheit bei dieser Sache ist, dass alles Glück, das sie jemals finden werden, in ihnen selbst liegt. Zeit für ein Gebet. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und alle, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich lade euch herzlich ein, macht die Welt ein bisschen bunter, gestaltet sie und schaut mal, wie es ums Glücklichsein bestellt ist. Habt eine gute Woche. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020